Kernspin-Resonanz Auch magnetische Kernresonanz oder kernmagnetische Resonanz ist ein physikalischer Effekt, bei dem Atomkerne einer Materialprobe in einem konstanten Magnetfeld elektromagnetische Wechselfelder absorbieren und emittieren. Die Kernspin-Resonanz ist die Grundlage sowohl der Kernspin-Resonanz-Spektroskopie eine der Standardmethoden bei der Untersuchung von Atomen, Molekülen, Flüssigkeiten und Festkörpern als auch der Kernspin-Resonanz-Tomografie für die medizinische bildgebende Diagnostik. Die Kernspin-Resonanz beruht auf der Lamor-Präzession der Kernspins um die Achse des konstanten Magnetfelds. Durch die Emission oder Absorption von magnetischen Wechselfeldern, die mit der Lamor-Präzession in Resonanz sind, ändern die Kerne die Orientierung ihrer Spins zum Magnetfeld. Wird mittels einer Antennenspule das emittierte Wechselfeld beobachtet, spricht man auch von Kerninduktion. Die Absorption eines eingestrahlten Wechselfelds wird anhand des Energieübertrags zu den Kernspins beobachtet. Die Resonanzfrequenz ist proportional zur Stärke des Magnetfelds am Ort des Kerns und zum Verhältnis des magnetischen Dipolmoments des Kerns zu seinem Spinn. Die Amplitude des Gämes-Sennensignals ist u.a. proportional zur Konzentration der betreffenden Art von Kernen in der Probe. Die Amplitude und besonders die Frequenz der Kernspin-Resonanz sind mit sehr hoher Genauigkeit messbar. Das gestattet detaillierte Rückschlüsse sowohl auf den Aufbau der Kerne als auch auf ihre sonstigen Wechselwirkungen mit der näheren und weiteren atomaren Umgebung. Voraussetzung der Kernspin-Resonanz ist ein Kernspin ungleich 0. Am häufigsten werden die Kerne der Isotope 1H und 13C zur Beobachtung der Kernspin-Resonanz genutzt. Weitere untersuchte Kerne sind 2H, 6Li, 10B, 14N, 15N, 17O, 19F, 23N, 29C, 31P, 35CL, 113CD, 129XE, 195PTU, VA, jeweils in ihrem Grundzustand. Ausgeschlossen sind alle Kerne mit gerader Protonenzahl und Neutronenzahl, sofern sie sich nicht in einem geeigneten angeregten Zustand mit Spin ungleich 0 befinden. In einigen Fällen wurde die Kernspin-Resonanz an Kernen in einem genügend langlebigen angeregten Zustand beobachtet. Zur analogen Beobachtung bei Elektronen siehe Elektronenspin-Resonanz. Geschichte und Entwicklung Vor 1940, 1896 wurde entdeckt, dass optische Spektrallinien sich im Magnetfeld aufspalten. Hendrik Antun Lorenz deutete dies schon bald darauf so, dass die Frequenz der Lichtwelle sich um den Betrag der Lamor-Frequenz verschiebt, weil das Atom einen magnetischen Kreisel darstellt, der vom Magnetfeld zu einer Präzessionsbewegung mit der Lamor-Frequenz angeregt wird. Nach der Lichtquantenhypothese entspricht die Frequenzverschiebung um eine Energieänderung, die ihrerseits durch die 1916 von Arnold Sommerfeld entdeckte Richtungsquantelung der Drehimpulse erklärt werden konnte. Mit dem Drehimpulsvektor hat auch der dazu parallele magnetische Dipol des Atoms nur diskrete erlaubte Einstellwinkel zum Magnetfeld und entsprechend verschiedene diskrete Werte der magnetischen Energie. So verursacht das Magnetfeld die Aufspaltung eines Energieniveaus in mehrere sogenannte C-Manniveaus. Dieses Bild wurde 1922 im Stern-Gerlach-Experiment direkt bestätigt. Dort wurde gezeigt, dass der kleinste mögliche Drehimpuls nur noch zwei mögliche Einstellwinkel zu einem äußeren Feld haben kann. Ende der 1920er Jahre wurde entdeckt, dass Atomkerne ein ca. 1.000-fach kleineres magnetisches Moment besitzen als Atome, weshalb die von ihnen verursachten Aufspaltungen der Energieniveaus als Hyperfeinstruktur bezeichnet werden. Die Übergangsfrequenzen zwischen benachbarten Hyperfein-Niveaus liegen im Bereich der Radiowellen. 1936 gelang Isidor Rabi der experimentelle Nachweis, dass die Präzisionsbewegung von Atomen, die im Atomstrahl durch ein konstantes Magnetfeld fliegen, durch die Einstrahlung eines magnetischen Wechselfeldes gestört wird, wenn dessen Frequenz mit einer solchen Übergangsfrequenz in Resonanz ist. In der Folge konnten die magnetischen Momente zahlreicher Kerne mit hoher Genauigkeit bestimmt werden, was U.A.R. die Entwicklung genauerer Kernmodelle ermöglichte. 1940er Jahre, Kernspinnresonanz im engeren Sinne, also die Änderung des Einstellwinkels der Kernspins zum statischen äußeren Magnetfeld ohne wesentliche Mitwirkung der Atomhülle an der Präzisionsbewegung, wurde 1946 erstmals auf zwei verschiedenen Wegen realisiert. Edward Mills Purcell nutzte zum Nachweis der Resonanz den Energieübertrag aus dem magnetischen Wechselfeld auf die Kernspins und weiter in deren atomare Umgebung. Felix Bloch beobachtete die Wechselspannung, die von dem präzidierenden Dipolmoment der Kerne in einer Spule induziert wird, wenn dies im Resonanzfall nicht mehr parallel zur Richtung des statischen Felds liegt. Voraussetzung ist, dass das statische Magnetfeld eine möglichst starke Polarisierung der Kernspins bewirkt, was die Geräteentwicklung zu immer stärkeren Magnetfeldern hin orientiert hat. Diese Methoden ermöglichten nun Messungen an flüssiger und fester Materie und eine weitere Erhöhung der Messgenauigkeit auf bald 6 zu 8 Dezimalstellen. Entsprechend genau waren die damit erhaltenen Messwerte für die magnetischen Kernmomente. In Umkehrung der Fragestellung wurde die Kernspin-Resonanz so auch zur gebräuchlichen Methode bei der Präzisionsbestimmung von Magnetfeldern. Zudem wurden verschiedene zusätzliche Einflüsse der atomaren Umgebung auf das am Ort der Kerne wirkende Magnetfeld messbar, die zwar klein sind, aber detaillierte Rückschlüsse über Aufbau- und Bindungsverhältnisse der Moleküle und ihre gegenseitige Beeinflussung ermöglichen. Daher ist die Kernspin-Resonanz-Spektroskopie bis heute eine Standardmethode in der chemischen Strukturforschung, 1950er Jahre. Die Messmöglichkeiten der Kerninduktionsmethode erweiterten sich in den 1950er Jahren. Als durch den Einsatz des 10 zu 20 MHz Wechselfeldes in Form kurzzeitiger Pulse die Richtung der Polarisation der Kerne manipulierbar wurde, liegt die Polarisation zunächst parallel zum konstanten Magnetfeld. Kann z.b. durch einen 90-Grad-Puls das gesamte Dipolmoment der Probe in eine bestimmte Richtung senkrecht zur Feldrichtung gedreht werden. Das ermöglicht die direkte Beobachtung der anschließenden freien Larmor-Präzession des Dipolmoments um die Feldrichtung, denn sie induziert in einer Antennenspule eine Wechselspannung. Die Amplitude nimmt dann zeitlich ab, weil der Grad der Ausrichtung der Kernspins längs der gemeinsamen Richtung senkrecht zum Feld abnimmt. Beide Prozesse sind hier getrennt beobachtbar, vor allem mittels der von Erwin Hahn erstmals beschriebenen Spin-Echo-Methode. 1970-80. Jahre Von den 1970er Jahren an wurde die Kernspin resonanzbasierend auf Arbeiten von Peter Mansfield und Paul C. Lauterbord zu einer bildgebenden Methode der Magnetresonanztomographie weiterentwickelt. Bei Anlegen eines stark in homogenen statischen Felds wird die Resonanzfrequenz in kontrollierter Weise vom Ort der Kerne abhängig, allerdings nur in einer Dimension. Daraus kann ein dreidimensionales Bild von der räumlichen Verteilung der Kerne desselben Isotops gewonnen werden, wenn die Messungen nacheinander mit verschiedenen Richtungen der in homogenen statischen Felder wiederholt werden, zur Erstellung eines möglichst informationsreichen Bildes. B. Für medizinische Diagnosen werden dann nicht nur die Messwerte für die Konzentration des betreffenden Isotops verwertet, sondern auch die für die Relaxationszeiten. Diese Geräte verwenden supra-leitende Magnete und 400 bis 800 MHz Wechselfelder. Von prinzipiellem physikalischen Interesse sind noch zwei seltener genutzte Methoden. Schon 1954 gelang es nach der FIT-Methode die Lamor-Präzession der Wasserstoffkerne einer Wasserprobe im Erdmagnetfeld nachzuweisen. Die Protonen waren durch ein stärkeres Feld senkrecht zum Erdfeld polarisiert worden, das zu einem bestimmten Zeitpunkt schnell abgeschaltet worden war. Die sofort einsetzende Lamor-Präzession induziert eine Wechselspannung mit einer Frequenz von ca. 2 kHz die Zb zur genauen Vermessung des Erdmagnetfelds genutzt wird. Absorption aus einem resonanten Wechselfeld ist hierbei nicht erforderlich. Daher handelt es sich hier um den reinsten Fall der Beobachtung der Kerninduktion. An Kernen in einem genügend langlebigen angeregten Zustand ist die Kernspinnresonanz erfolgreich gezeigt worden, wobei zum Nachweis hier die veränderte Winkelverteilung der von den Kernen emittierten Gamma-Strahlung genutzt wurde. Physikalische Grundlagen Bei der Kernspinnresonanz lassen sich makroskopische Erklärungen nach der klassischen Physik und mikroskopische Erklärungen nach der Quantenmechanik reibungslos miteinander kombinieren. Ausschlaggebend ist dabei, dass die Lamor-Präzession eine von der Orientierung der Kernspins unabhängige Größe und Richtung hat. Die entsprechende Wirkung des statischen Feldes kann also durch Übergang in ein Bezugssystem, das mit der Lamor-Frequenz um die Feldrichtung rotiert, vollständig wegtransformiert werden, unabhängig von dem jeweiligen Zustand der einzelnen betrachteten Kerne der Probe und der Größe und Richtung des von ihnen gebildeten makroskopischen, magnetischen Moments. Ein Kern mit dem magnetischen Moment hat in einem Magnetfeld eine vom Winkel abhängige potenzielle Energie. Die niedrigste Energie gehört zur parallelen Stellung des Moments zum Feld. Die höchste Energie gilt für antiparallele Einstellung. Im thermischen Gleichgewicht bei Temperatur verteilen sich die Momente gemäß dem Boltzmann-Faktor auf die verschiedenen Energien. Bei typischen Kernmomenten und typischen thermischen Energien unterscheiden sich die Boltzmann-Faktoren zwar nur um weniger als 10-4, Doch drückt sich die statistische Bevorzugung der kleinen Einstellwinkel gegenüber den großen durch einen von 0 verschiedenen Mittelwert aus. Es entsteht eine Polarisation und damit ein makroskopisches magnetisches Moment parallel zum äußeren Feld. Soweit die klassische Erklärung der Polarisation durch Paramagnetismus. Hauptartikel Nach der Quantenmechanik wirkt in Zuständen mit bestimmtem Drehimpuls jeder Vektoroperator parallel zum Drehimpulsoperator. Man schreibt, die Konstante heißt blyromagnetisches Verhältnis. Sie hat für jedes Nukleid einen charakteristischen Wert. Für den Vektor gilt daher auch die vom Drehimpuls bekannte Richtungsquantelung. Nach der bei gegebener Drehimpulsquantenzahl der Kosinus des Einstellwinkels zur Feldrichtung in den Energieeigenzuständen nur die Werte annehmen kann, wobei die magnetische Quantenzahl die Werte durchläuft. Die größtmögliche Komponente von längs des Feldes auch als der Betrag des magnetischen Moments bezeichnet ist daher. Die zum Feld parallele Komponente des Moments hat folglich einen der Werte und die magnetische Energie entsprechend. Diese Formel gibt die Energien der C-Mannivus, die aus der equidistanten Aufspaltung des Nivus mit Kernspin hervorgehen. Der Abstand benachbarter C-Mannivus entspricht gerade der Larmorfrequenz, also der Frequenz, mit der ein magnetischer Kreisel im Feld präzidiert. Hauptartikel Die Einstellung der Gleichgewichtspolarisation der Kernspins parallel zum äußeren Feld wird longitudinale Relaxation genannt. Sie dauert in flüssigen und festen Proben bis zu mehreren Sekunden, wenn die Probe keine paramagnetischen Beimischungen enthält. Also Atome mit permanentem magnetischen Depo-Moment, die durchfluktuierende Magnetfelderübergänge zwischen den C-Mannivus bewirken und damit den Energieaustausch mit den Kernspins beschleunigen. Die Zeitkonstante wird mit bezeichnet. Der Abbau einer zum Feld senkrechten Polarisation bis zum Gleichgewichtswert 0 heißt transversale Relaxation und geht schneller vonstatten, weil hierzu kein Energieumsatz nötig ist. Vielmehr genügt es, dass die quer zum Magnetfeld ausgerichteten Kernspins durch kleine Fluktuationen bei ihrer ständigen Larmorpräzession um die Feldrichtung ihre gemeinsame Ausrichtung verlieren. Zeitlich folgt die Annäherung an das Gleichgewicht in guter Näherung einer einfachen abklingenden Exponentialfunktion. Hauptartikel Die Blochgleichungen fassen die Larmorpräzession und die longitudinale und transversale Relaxation in einer einzigen Bewegungsgleichung für den Vektor des magnetischen Moments zusammen. Darin beschreibt das Kreuzprodukt die Larmorpräzession mit der Winkelgeschwindigkeit. Im 2-Term ist die Relaxation phänomenologisch als Prozess 1. Ordnung zusammengefasst, wobei die Zeit konstante für die zum Feld parallele Komponente von einer andere ist als für die transversalen. Ein schwaches zusätzliches Wechselfeld, b in x-Richtung lässt sich immer als Summe von zwei zirkular polarisierten Wechselfeldern auffassen, die z, b um die z-Achse in entgegengesetztem Sinn rotieren. In quantenmechanischer Betrachtung induziert dies Wechselfeld im Resonanzfall Übergänge zwischen den C-Mann-Niveaus in der einen oder anderen Richtung. Denn seine zirkular polarisierten Quanten haben den richtigen Drehimpuls und mit dann gerade die richtige Energie. Diese Übergänge stören das thermische Gleichgewicht, denn sie verringern bestehende Unterschiede in den Besetzungszahlen. Das bedeutet eine Nettoenergieaufnahme, weil sich vorher mehr Kerne in niedrigeren Energiezuständen befanden als in höheren, dem thermischen Gleichgewicht entsprechend. Dieser Energiefluss aus dem Wechselfeld in das System der Kernspins würde mit Erreichen der Gleichbesetzung zum Erliegen kommen. Der thermische Kontakt des Spinsystems zur Umgebung, der ja schon für das Hervorbringen der ursprünglichen Gleichgewichtsmagnetisierung entscheidend ist, entzieht dem so gestörten Spinsystem aber laufend Energie. Es stellt sich bei einer etwas verringerten Magnetisierung ein Fließgleichgewicht ein. Der hierfür maßgebliche Parameter ist die longitudinale Relaxationszeit. Auf dieser Continuous Wave-Methode beruhen die ersten Nachweise und Anwendungen der Kernspin-Resonanz nach der Methode von Pössl. In makroskopischer Betrachtung lässt sich leichter übersehen, welche Bewegung des makroskopischen Dipul-Moments daraus resultiert. Die mit der Larmor-Präzession mitrotierende der beiden Komponenten des Wechselfelds stellt im Resonanzfall im mitrotierenden Bezugssystem ein. Konstantes fällt senkrecht zur Z-Achse dar. Auf den Dipul wirkt es mit einem Drehmoment, das ihm eine weitere Larmor-Präzession um die Achse dieses Zusatzfelds aufzwingt. Stand der Dipul vorher parallel zur Feldrichtung, kann er im verdrehten Zustand selber eine Wechselspannung in einer Empfängerspule induzieren. Erste das Wechselfeld gepulst kann je nach Einwirkungsdauer das Dipul-Moment Z, B gezielt genau um 90 Grad gedreht oder auch ganz umgekehrt werden. Daraus ergeben sich die zahlreichen verschiedenen Pulsmethoden mit ihren vielseitigen Messmöglichkeiten, Apparate und Methoden. Eine NMR-Apparatur besteht typischerweise aus einem Magneten zur Erzeugung eines möglichst starken und homogenen statischen Magnetfelds, in das die Probe eingebracht werden kann und je einer kleinen Magnetspule für Erzeugung bzw. Nachweis eines hochfrequenten transversalen Magnetfelds. Zur Verbesserung der räumlichen Konstanz des Felds und zu seiner Feinregelung waren kleine Zusatzspulen angebracht. Bei ist die Resonanzfrequenz von Protonen. Die Spule für Empfang des hochfrequenten Magnetfelds lag bei Blochs Apparatur senkrecht zur Senderspule, um den direkten Empfang des von ihr erzeugten Wechselfelds zu eliminieren. Die von der Empfängerspule abgegebene Wechselspannung ist dann nur von den Protonen verursacht, deren magnetische Momente mit der Larmor-Präzession um die Feldrichtung rotieren. Nachdem sie durch das eingestrahlte Wechselfeld im Resonanzfall erfolgreich aus der Richtung des statischen Felds weggedreht worden sind, Purcell benutzte in seiner Apparatur nur eine Spule für Sendung und Empfang, wobei die Resonanz sich dadurch bemerkbar macht, dass sie von den Kernen in der Spule induzierte Wechselspannung zur angelegten Wechselspannung entgegengesetzt ist, wodurch dem Sender mehr Energie entzogen wird. Bei einem absichtlich schwach ausgelegten Sender führt das zu einer leicht nachweisbaren Verringerung der Schwingungssimplitude. Um die Resonanz zu finden ohne die Frequenz des Senders verstellen zu müssen, wurde durch die Zusatzspulen die Feldstärke des statischen Felds variiert. Daher wurden die Resonanzkurven nach der Purcell-Methode in den NMR-Spektren nicht über der Frequenz aufgetragen, sondern über dem angelegten Magnetfeld. In der heutigen Zeit werden für Energie aufgelöste NMR, für Zeit aufgelöste NMR und für Orts aufgelöste NMR fast ausschließlich NMR-Impulsspektrometer verwendet. Die ersten kommerziellen und quatschkontrollierten Impulsspektrometer wurden in den 1960er Jahren in Deutschland von einer Gruppe um die Physiker, Berthold Knüttel und Manfred Holz in der Firma Brucker entwickelt und hergestellt. Dabei werden die Kerne mit Hochfrequenzimpulsen angeregt und das NMR-Signal als freier Induktionsabfall oder Spin-Echo gemessen. Bei den quatschkontrollierten Geräten werden alle Sendefrequenzen und alle Zeiten im Impulsprogramm im NMR-Experiment von einem einzigen Mutterquarz abgeleitet und es ergibt sich eine quatschstabile, aber variierbare Phasenbeziehung zwischen Senderhochfrequenz und ZB dem Impulsbeginn. Dies erlaubt die Einstellung der HF-Phase und damit der HF-Einstrahlungsrichtung der einzelnen Hochfrequenz-Sendeimpulse in einer komplexen Impuls-Serie. Was eine unabdingbare Voraussetzung bei den meisten modernen NMR-Experimenten ist, in den ebenfalls in den 1960er Jahren entwickelten Fourier-Transformation-Spektrometern werden dann die in der Zeitdomäne aufgenommenen Signale durch Computer in Signale in der Frequenzdomäne transformiert. Auf dieser Basis arbeiten heute fast alle Kernspin-Resonanz-Apparate, Anwendungen, Chemie, Kernspin-Resonanz-Spektroskopie, Physikalische Chemie, Diffusion, Mikrodynamik und Struktur von Flüssigkeiten, Medizin, Kernspin-Tomografie, Diffusionstensor-Bildgebung, Geophysik, Protonen-Magnetometer, Porengrößen und Formen in Gesteinen und Sedimenten, Quantencomputing, Quantensimulation. Geophysik, Protonen-Magnetometer, Porengrößen und Formen in Nachricht. Verhandeltächtig. Vielen Dank.